Jetzt heißt es wieder neu bei Pearl TV mit einer im Prinzip Premiere, weil für Katalogkunden kommt dieses neue Produkt, auf das ich mich gerade ganz bequem auflehne, erst im nächsten Katalog raus. Also im Weihnachtskatalog für Sie jetzt schon die Vervorab-Präsentation. Und das ist vor allem für alle Sportbegeisterten, für alle Laufbegeisterten, die gerne mal Walken oder Nordic Walking machen oder einfach nur spazieren gehen oder auch richtig joggen möchten. Weil, wenn Sie jetzt mal aus dem Fenster schauen, bei dem Wetter macht das ja nicht richtig viel Spaß. Ich glaube, da muss man richtig hartgesotten sein, um da raus zu gehen. Aber Sie können das auch zu Hause machen. Eben, wir haben ein nagelneues, unglaublich komfortables Laufband und da kann man auch sagen, da ist wirklich in jeder Wohnung oder in jedem Haus Platz dafür. Weil, Kathi, zusammengeklappt, also in dem Moment, wenn es nicht in Bewegung ist, ist es ja nicht größer als ein Bügelbrett. Das stimmt. Wir haben es ja extra einmal zusammengeklappt, auch für Sie aufgestellt. Da sind auch unten dann die Rollen dran, sodass Sie das auch einfach nehmen können und dann auch hin und her rollen können, ganz leicht und einfach so, wie Sie möchten. Und es auch umstellen können, wenn Sie möchten. Und Sie sehen das, es ist wirklich ganz schmal und klein. Also sehr, sehr schön gemacht, zusammenklappbar. Und wenn Sie es auseinanderklappen, haben Sie natürlich dann Ihr perfektes Laufband zum Gehen, zum Walken, wenn Sie möchten, aber auch zum Joggen, wenn Sie wollen. Und das in einer super, super modernen, schicken Machart. Also ich war ganz begeistert von dem Design, denn wir haben hier im vorderen Teil ein ganz, ganz besonderes Display. Das ist so eine Art Touch-Display, das wir hier haben. Ganz groß, schön mit den Ziffern. Sie sehen da sehr schön die Distanz, die Zeit, die Geschwindigkeit und auch die verbrauchten Kalorien werden dann angezeigt. Hier im oberen Teil, das hier, das ist eine Ablage. Da können Sie zum Beispiel eine Zeitschrift oder auch gerne ein Tablet reinlegen. Und wir sehen hier gerade bei Diana diesen roten kleinen Clips. Der ist für ihre Sicherheit. Das heißt, da einfach einmal draufstellen, an die Kleidung anklipsen. Falls mal etwas sein sollte, geht dieses kleine Sicherheitsbändchen dann automatisch ab und das Laufband stoppt auch automatisch. Also da wurde an alles für Sie gedacht. Im Display selber einfach einmal starten, dann geht es los und zwar ganz, ganz langsam auch mit einem Countdown. Sie sehen das. Und schauen Sie mal, das fährt ganz langsam an. Ja, weil ich kenne ja auch viele Ältere, wo dann die Ärzte oft gesagt haben, das war bei meiner Oma jetzt auch wieder so, sie muss sich bewegen. Ja, sie soll sich bewegen. Aber dann hat man auch gerade, du hast gesagt, Wetter draußen geht man nicht raus, da macht man es gern drin. Aber vor einem Laufband hat man oft Respekt. Ja, geht es zu schnell los? Kann ich das? Sie können. Und zwar hier, schauen Sie mal, so schön einfach auf dieser tollen rutschfesten, gummierten, gefederten Lauffläche. Sehr gelenkschonend, das Ganze hier an den Seiten auch nochmal schön mit den Banden gearbeitet, wo Sie sich draufstellen können. Und wenn Sie dann sagen, ach, ich möchte ein bisschen schneller gehen, dann einfach oben plus ein bisschen mit der Geschwindigkeit hochgehen, wenn Sie wollen. Und dann können Sie auch Nordic Walking machen oder auch Joggen, wenn Sie möchten. Also das bleibt dann Ihnen überlassen. Eine ganz, ganz tolle Macher, schöne Qualität. Gerade das Design war es, was mich so begeistert hat mit diesem tollen Touch-Display mit der Tablet-Ablage bzw. Zeitschriften-Ablage. Und ich habe noch eine Überraschung für Sie bei unserem neuen Modell hier. In den Haltegriffen, weil viele halten sich auch wirklich gerne beim Laufen fest. Machen Sie das ruhig. Halten Sie sich fest, holen Sie sich diese Sicherheit, holen Sie sich die Stabilität. Das ist richtig. In den Haltegriffen ist hier noch dieses kleine Sensorikelement verbaut. Das sind Pulsmesser, die Sie hier sehen. Also hier sehr schön zu sehen, hier die Pulsmesser an der Seite. Wenn Sie darauf anfassen, dann wird vorne im Display auch direkt einmal Ihr Puls angezeigt. Da können Sie immer mal wieder drauf schauen. Das ist natürlich sehr sinnvoll, wenn vielleicht auch Ihr Arzt schon mal gesagt hat, nicht über einen speziellen Pulsbereich hinausgehen. Da ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Deshalb nutzen Sie Ihre Gelegenheit hier vor allem bei unserer TV-Neuheit für 298,04 Euro. 500 Euro ist die unverbindliche Preisempfehlung. Ja, das ist auch mit Sicherheit ein handelsüblicher Preis. Das ist ein professionelles Laufband, so klein zusammengeklappt. Also Sie können jetzt nicht sagen, ich habe keinen Platz dafür. Auseinandergeklappt, unglaublich komfortabel. Und was ich natürlich auch schön finde, ist das, was du gerade gesagt hast. Jederzeit, wenn ich möchte, Griff anfassen und mir den Puls anzeigen lassen. Das ist für viele natürlich auch sehr interessant. Einmal heißt es, bei vielen schauen, dass sie im Pulsbereich maximal 110 bleiben. Bei anderen ist wichtig, Pulsbereich über 120, Fettverbrennung. Aber ganz egal, Sie haben es immer im Blick. Und was wir jetzt in den Blick nehmen, ist der Pearl.de-Preis. Dann sehen Sie mal, was Sie wieder exklusiv als Pearl-TV-Zuschauer sparen. 318 Euro und 4 Cent. Und Sie sparen noch mal richtig Geld, denn Ihr TV-Sonderpreis 298 Euro und 4 Cent. Unsere absolute TV-Neuheit. Die Katalogkunden können erst nach dem nächsten Katalog zugreifen. Und das Laufband kommt natürlich Porto und Versand kostenfrei bis bei Ihnen vor die Haustür. Das heißt auspacken und ab dem Wetter unabhängig laufen, joggen, walken oder was immer Sie machen müssen und sich damit fit halten. Und ich glaube, ein bisschen Fitness tut uns allen gut, oder? Ja, selbstverständlich. Also gerade Laufen hat viele, viele Vorteile. Da gibt es auch viele Recherchen, viele wissenschaftliche Beiträge zu. Und wenn man dann läuft, man merkt es direkt auf so einem Laufband. Es ist sehr angenehm, finde ich, auch für die Gelenke, für die Knie. Ich laufe persönlich viel lieber auf einem Laufband als auf einem harten Boden zum Beispiel. Das finde ich ist ein ganz, ganz großer Vorteil, den wir hier haben bei dem Laufband. Dann, dass man natürlich sich in der gewohnten Umgebung aufhalten kann. Man macht das entspannt halt zu Hause. Ja, man hat seine gewohnte Umgebung. Kein Regen, keine Witterungsverhältnisse, die einen beeinflussen. Hier oben natürlich nochmal schön dann auch mit dieser Ablage, dass man dann einfach sich ein Buch zum Beispiel hier reinlegen kann. Wenn Sie möchten, auch eine Zeitschrift oder halt das Tablet. Entweder mit dann was Schönem zu lesen zum Beispiel, ein Buch zum Beispiel. Oder wenn Sie möchten, dann auch mit einem Film, den Sie sich dann reinlegen. Ja, das geht viel schneller. Die Zeit vergeht auch sehr viel schneller, wenn man dann so ein bisschen beschäftigt ist. Ich weiß zum Beispiel von mir persönlich, ich kaufe gern diese Zeitschriften. Vielleicht mögen Sie die auch. Das sind diese klassischen, ich sage jetzt mal Klatschzeitschriften. Ich will ja keine Namen nennen. Aber wenn ich so eine Klatschzeitschrift hier oben reingelegt habe, dann weiß ich, wenn ich die so, ich blätter die dann immer so ein bisschen durch. Manchmal lese ich auch einen Artikel. 15 bis 20 Minuten habe ich dann. Dann bin ich am Ende angekommen, wenn auch ein bisschen größere Artikel drin sind, auch mehr. Aber da weiß ich ganz genau einmal durch. 15, 20 Minuten habe ich geschafft. Ich habe noch eine ganz andere Idee. Also man tut natürlich was für sich, aber das ist ja so flexibel. Schauen Sie auch auf Rollen. Das können Sie auch von den Fernseherstellen, Ihre Lieblingsserie anschauen und dann auch mal etwas für Sie tun, während Sie eben auch mal Fernsehschauen. Fernsehschauen wird ja oftmals gesagt, da ist man bequem. Ja, machen Sie, setzen Sie neuen Trend, bewegen Sie sich, während Sie zum Beispiel Fernsehschauen. Tun Sie was für sich, für Ihren Körper. Nicht übertreiben, das ist immer wichtig, in Maßen. Und dann ist es auch gesund, weil durch Sport, durch Bewegung stärken Sie natürlich auch Ihre Abwehrkräfte. Und das ist jetzt in der Erkältungszeit, wie man ja schön den Herbst, Winter auch nennt, glaube ich zweimal wichtig. Und noch mal, das ist eine absolute TV-Neuheit. Sie haben jetzt exklusiv als Perls-TV-Kunde die Möglichkeit, zum absoluten Sonderpreis hier zuzuschlagen. 298,04 Euro. Und ich habe es eingangs gesagt und ich wiederhole mich da gerne wieder, für dieses Laufband ist Platz in der kleinsten Hütte. Und das ist häufig die Ausrede. Also ich kenne ganz viele, die sagen, ich gehe so gern spazieren. Und wenn Sie das auch machen, gerne wandern gehen, gerne spazieren gehen, gerne Nordic Walking machen, dann gibt es diese Ausrede, ich habe zu Hause keinen Platz mehr. Die gibt es nicht mehr, weil Sie bekommen dieses Laufband zusammengeklappt wirklich perfekt dann in Ihre Wohnung. Hier sehen wir auch noch mal die Vorteile übrigens mit den 12 Programmen, übrigens bis zu 10 kmh, die Sie da erreichen können. Diese 12 Programme sind übrigens voreingestellt. Die können Sie hier einfach im Display touchmäßig auch über die Programm-Taste erreichen. Das sind dann unterschiedliche Geschwindigkeiten, die so intervallmäßig hintereinander folgen. Und was auch noch wirklich erwähnenswert ist, ist diese unglaubliche Laufruhe. Man kann das also auch problemlos, weil es so wirklich schön abgefedert ist in Mietswohnungen, auch wenn hellhörige Nachbarn unter einem Wohnen benutzen. Also Sie sehen, es gibt keine Ausrede mehr. Der TV-Sonderpreis ist fantastisch mit 298,04 Euro. Und die Bestellnummer, die bin ich Ihnen noch schuldig, das ist die NX 4757 und die 569. Und dann ist dieses Laufband, die absolute TV-Neuheit, bald bei Ihnen. Und dann können Sie sich zu Hause, wann immer Sie wollen, bewegen nach Ihrer Einstellung. Ob Sie gehen, ob Sie walken, ob Sie joggen, ganz egal. Hauptsache, Sie tun was. Also ran ans Telefon.